Hallöchen meine lieben Loot-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Conan Exiles Guide hier bei eurem Bombardier. Heute möchte ich euch die Ausrüstungsteile des Henkers vorstellen. Das sind zwei Waffen und eine Kapuze, die doch ein bisschen besonders zumindest sind. Und was es damit auf sich hat, was sie können und wo ihr sie bekommen könnt, das erfahrt ihr in diesem Guide. Wir beginnen mal zunächst mit den Ausrüstungsteilen. Und da haben wir hier einmal die Kapuze des Henkers. Das ist ein seltsamerweise, wenn man das Aussehen schaut, schwerer Helm mit Stärkebonus. Der ist jetzt tatsächlich nicht unbedingt besonders, wenn man das vergleicht mit einem makellosen, epischen, schweren Helm. Ja, selber Rüstungswert, hat hier einen Stärkebonus drauf, hat halt ein bisschen mehr Haltbarkeit. Und ja, das war es dann im Prinzip auch schon. Interessanter sind da schon die Waffen, denn die haben einen speziellen Stat. Der sich Hinrichtung nennt. Und was dieser Stat kann, das werde ich euch auf jeden Fall noch vorstellen gleich im Video. Aber zunächst mal schauen wir uns an, wo wir die ganzen Sachen bekommen können. Und hierzu begeben wir uns zum Eingang des Henkers hier bei E6. Es gibt auch noch einen alternativen Eingang zu dieser Höhle hier. Der ist ein bisschen weiter drunter. Der ist ungefähr hier bei dieser Aussparung. Und das ist eine Höhle. Die kennt ihr vielleicht schon aus diversen anderen Guides von mir. Denn hier kann man ganz gut Schwefel und auch ganz gut Gold und Silber farmen. Ja, was erwartet euch hier? Ich laufe jetzt hier mal ein bisschen schneller durch. Es sind hier einige Spinnen, die sollten kein Problem für euch darstellen, denke ich. Also das solltet ihr auf jeden Fall hinbekommen. Ansonsten solltet ihr dennoch gut gerüstet mit einem Thrall hier reingehen. Denn weiter vorne erwarten euch dann Skelette. Die sind ein bisschen stärker, aber sollten auch kein Problem sein. Da ist vor allem die Anzahl, die Schwierigkeit hier. Also ihr seht ja schon, hier sind einige. Ich glaube, es sind insgesamt zwölf an der Zahl. Und dann haben wir natürlich auch noch den Boss hier. Unseren Henker, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Der hat keine besonderen Fähigkeiten oder so. Ist halt ein klassischer Drei-Toten-Köpfe-Boss. Das heißt, ein bisschen stärker. Aber wenn ihr den mit einem Thrall macht, dann sollte das, wie gesagt, kein Problem darstellen. Und für die Skelette müsst ihr euch halt was überlegen. Vielleicht Dämonenfeuerkugeln oder so. Könnte klappen. Keine Ahnung. Ja, wenn ihr diesen Boss tötet, ich mache das jetzt hier mal mit Shortcut, um ein bisschen Zeit zu sparen. Dann droppt ihr hier entweder Machtfragmente, die ihr dann natürlich wieder für Talentpunkte oder Items hier beim Archivar in der namenlosen Stadt einsetzen könnt. Oder eben durch Zufall kann er dann auch diese Axt des Henkers, die Klinge des Henkers oder eben die Kapuze des Henkers droppen. Also ich habe ihn jetzt ungefähr so zehnmal gelegt und ja, die Ausbeute war dann doch eher Machtfragment-lastig und weniger hier die Ausrüstungsgegenstände. Aber er kann sie droppen, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ansonsten auch noch der Hinweis, aber das kennt ihr vielleicht schon aus den anderen Guides. Ihr habt hier die Truhen mit Silber und Gold überall verstreut. Also schaut euch hier gerne ein bisschen weiter noch um. So, was können diese Waffen? Ich habe mir hier mal die Geißel der Menschheit gespawnt und sie ein bisschen runtergekloppt. Und jetzt zeige ich euch das, was die können. Ja, und da habt ihr es gesehen. Normalerweise würde jetzt natürlich bei normalen Waffen nur ein Prozent abgezogen werden. Aber diese Hinrichtungswaffen haben einen Effekt, dass wenn der Gegner schon stark geschwächt ist, ich glaube die Grenze liegt bei zehn Prozent, dann können oder kann er quasi hingerichtet werden. Und genau das ist jetzt hier passiert. Das heißt, man kann theoretisch mit einer normalen Waffe den Gegner runterknüppeln. Das gilt vor allem für Bosse, weil Menschen bringt es jetzt nicht ganz so viel, denn die sterben ohnehin relativ schnell oder bei normalen Mobs. Aber so bei Bossen könnt ihr einfach quasi den erst niederknüppeln, dann wechselt ihr zur Waffe, ein Schlag und tot ist das Ding. Und ja, das finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich nice. Das sind coole Waffen. Der Hinrichtungseffekt ist auf jeden Fall gut. Und ja, die Kapuze, ich sag mal so, für diejenigen, die vielleicht auf Playstation spielen und Bock auf schwere Rüstungen haben und eben nicht auf leichte, für die ist diese Kapuze des Henkers vielleicht ganz nett. Und hier auf dem PC, wo wir eine super tolle Mod-Nams-Fashionist haben, die es uns ermöglicht, das Aussehen der Rüstung so einzustellen, wie wir wollen. Naja, da ist die Kapuze jetzt nicht so pralle, aber ansonsten, ja, das sind diese beiden Waffen hier und das war es auch schon wieder mit dem Guide. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ich euch helfen konnte, schreibt mir gerne einen lieben Kommentar und gebt eine positive Bewertung. Habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.